Es ist Showtime. Kommen wir zum ersten Kampf des heutigen Abends. Der erste Kampf ist ein Three-Way-Dans, das heißt, dass wir zwei Athleten gleichzeitig im Rhein. Ich bitte den ersten Athleten in Team Rhein. Es wird lang, so ein bisschen. Ich gehe jetzt nicht. So ein bisschen. Ich gehe jetzt nicht. 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 Mit einem aktuellen Kampfgewicht von 77 kg. Einer Klubgröße von 1,76 m. Aus Polen. Kst discrimination. Aus Polen. Sein erster Gegner am heutigen Abend kommt jetzt bitte auf die Bühne. Mit einer Körpergröße von einem Meter und siebzig, einem aktuellen Heutboden um den Kampfgewicht von geschlagenen fünf und sechzig Kilogramm. Aus Corleone, Sicilien, Vincenzo Cocotti! Ich stelle den dritten Kämpfer dieses Kaffes in den Ring. Mit einer Körpergröße von einem Meter siebzig, einem aktuellen Kampfgewicht von drei und neidzig Kilogramm. Aus Leipzig, Connewitz, Jory Röntel! 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 Koppelmülo! 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 This is awesome! Koppelmülo! One, two, two down! One, two, three! One, two, three! One, two, three! Back-Break-up! Das ist es. Das ist die Meinung, ja? Das ist die Meinung. Double Suple! Double Rush Legs sweep! Was soll das? So! Hey! 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 Halt die Handklappe jetzt! Hey! Hin ist hin! Oh! So hit den! Halt die Handklappe jetzt! Halt die Handklappe jetzt! 3, 1, 2, 3! Geh mir doch mal richtig! Aktuell haben wir seit fünf Minuten. Das war's für mich. Das war's für mich. Hast du das? Ja. Anhalt! Freize! Super, okay! Bravo! Wir sind fertig! 1, 2, 3!